Den Lied geht es übrigens zu gleichen Teilen um Hoffnung und um Desillusion. Wollte ich nur noch mal so sagen. Geh noch mal zum Bahnhof der sogenannten Frühlingszeit. Sag Hallo zu einem Fremden, der in den Zug entsteigt. Warte ihn ein Zerkoda, er nimmt es gegenüber. Vielleicht hat er Probleme und möchte reden darüber. Wahrscheinlich hat er gar keine Zeit. Wie bist du doch die Welt noch nicht bereit? Fahr doch mit dem Fahrrad in ein anderes Stadtgebiet. Sag Hallo zu einem Mädchen, das dich erstmal lieber sieht. Lade sie zum Eis ein, Schatz, Teller oder Nuss. Vielleicht betrifft sie was immer, dass sie reden muss. Wahrscheinlich hat sie gar keine Zeit. Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit. Gestern um halb drei habe ich noch ein Lied gemacht und ich rufe eine Freundin an. Lippen in der Nacht und ich singe es ihr das Telefon und es sagt, ich liebe dich. Kurz bevor ich auflege, schäme ich mich. Wahrscheinlich hat sie gar keine Zeit. Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit. Wahrscheinlich hat sie gar keine Zeit. Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit. Die Idee ist gut. Vielen Dank.